Wer spricht mit Akzent, wer stottert und endt, wer setzt offiziell, fängt los in die Welt Wer sagt in der Bus, wer scheißt auf Tabus, wer sagt und umwunden euch all seine Sünden Beinstuhl, der Beinstuhl, der beste Metal-Podcast der Welt Hallo ihr süßen Maskenfatzen, na, wie ist denn die Lage so? Ich sage es ja wirklich nur ungern, aber auf eine sehr unangenehme Weise habe ich euch irgendwie vermisst Und so lange die Zeit nur mit Einhörnern vertreibt, gehen einem diese rosanen Biester irgendwann dann auch extrem auf den Sack Und so freue ich mich wieder richtig auf meine einstündige Portion Oralsadoma so mit euch beiden Mittelproleten Also anfangen bitte Hallihallo Welt Hallo Welt, hallo West, hallo Ost, hier ist der noch bessere gelaune Süd hier aus dem sonnigen München Wir haben hier Frühlingsanfang, wie ist es bei dir? Richtig geiles Wetter, ich bin richtig gut drauf, ich bin jetzt so richtig in Moderatorenstimmung Ja, ich auch, ich frage mich jetzt gerade nur, bin ich gut drauf, weil wir endlich wieder podcasten dürfen oder bin ich gut drauf, weil das Wetter so gut ist? Ich bin gut drauf, weil ich eigentlich nervös bin, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin richtig nervös, die Erwartungen, ich spüre die Erwartungen sind richtig groß nach unserer Herbstpause Ich nenne es jetzt Herbstpause und der Winter wird übersprungen, jetzt sind wir hier im Frühling, neuer Podcast, neue Jahreszeit Und genau, ich bin nervös, ich habe Angst zu versagen, die Erwartungen nicht zu erfüllen, die an uns gestellt wurden Deswegen habe ich jetzt, ich arbeite jetzt hier übrigens mit zwei Computern, einen, sagen wir mal, der eine dient als Teleprompter, ich lese eigentlich nur noch ab Hier steht zum Beispiel Ja Oh, nee, wo steht es? Hallo Ost, wie geht es dir? Mir geht es gut? Da steht zum Beispiel Süd ist ein geiler Typ Ich habe die Zeit ohne dich sehr genossen Oh, nee, das war der Praktikant Übrigens habe ich gehört, kleiner Schwank Udo Lindenberg auf der Bühne hat ungefähr 10 Teleprompter, an jeder Ecke steht ein Teleprompter, total lustig anscheinend Ohne Teleprompter geht bei ihm gar nichts mehr Okay, und ich habe auch was gehört zu Udo Lindenberg, das sage ich dir gleich, ich möchte nochmal ganz kurz auf deine Nervosität eingehen Ich bin überhaupt nicht nervös, ich bin tatsächlich gut drauf und voller Vorfreude, mein Leben war so sinnlos ohne Podcast Sechs Wochen lang wusste ich nicht, mit wem ich sprechen soll Ich habe auch, wir haben tatsächlich auch sechs Wochen lang nicht miteinander gesprochen, ja doch ganz kurz in Hamburg Aber wirklich nur das Allernötigste auf der Bühne Wirklich nur das Nötigste Ja, und das Leben erschien mir auch so ein bisschen sinnlos und wenn du jetzt irgendwie nicht Fake News in die Welt brüllen kannst und dir irgendwie so scheiße machen kannst Ja, und so ein bisschen das Gefühl, das du dir selber natürlich, dass du wichtig bist, dann macht das Leben auch keinen Spaß Das ist eine Das andere ist, tatsächlich, ihr habt jetzt gerade gemerkt, wir haben ein neues Intro, es gibt sowieso sehr viele neue Sachen Wir haben uns sechs Wochen lang die Birne zerbrochen, was wir so machen könnten Und haben uns eigentlich gedacht, Leute, wir müssen doch eigentlich, wir machen ja Metal-Musik Und nachdem der Metal an sich so eine aussterbende Art ist, ähnlich wie der Panda-Beer, müssen wir den Metal retten Ganz genau Und deswegen werden wir unseren Podcast noch mehr in diese Metal-Richtung schieben, um einfach den Metal, weil wir auch so berühmt und so einen Einfluss haben auf diese Welt und auf die Bewohner auf dieser Erde Werden wir jetzt einfach unseren Podcast zu einem Metal-Podcast machen und soll sich der Metal wieder erholt haben in einem Jahr, keine Ahnung, vielleicht wird es dann der beste Panda-Podcast der Welt Oder Hip-Hop, Hip-Hop-Podcast Hip-Hop-Podcast der Welt Bis dahin werden wir den Metal-Featuren, werden euch, werden tatsächlich in diversen Kategorien euch auch was über den Metal beibringen Ach, ich freue mich, das wird richtig, richtig toll Und wir werden dabei, glaube ich, auch selbst einiges über diesen Metal noch, über diesen sogenannten Metal lernen Über diesen sogenannten Metal Das ist die Frage, wir haben natürlich auch viele Hip-Hop-Fans da draußen Faninnen vor allem Ja, aber ich würde sagen, da muss man einfach tolerant bleiben Muss man tolerant bleiben Man muss sagen, wir haben uns die Charts angeschaut, es war zu viel elektronische Musik in den Top Ten, sowohl bei Singles, oder vor allem bei Singles, aber auch bei den Alpen Und jetzt müssen wir hier die Rock-and-Metal-World hier wieder irgendwie zurückbringen, zurückerobern, zurückholen Ja, absolut Apropos Udo Lindenberg, ich habe in Hamburg deine Cousine getroffen Was, ich habe eine Cousine? Meine Cousine, das wolltest du jetzt, dass ich jetzt so reagiere Ich war hier schon wieder vor meinem Teleprompter Meine Cousine war in Hamburg? Deine Cousine war in Hamburg Nicht meine Cousine, sondern deine Cousine war in Hamburg Ich habe sie kennengelernt, sehr, sehr nette Frau oder Mädel oder weiß nicht, wie sie selber gerne genannt werden möchte Jedenfalls habe ich mir dann diverse Songs mir auch reingezogen Habe mir das letzte Album, beziehungsweise gibt es glaube ich nur eins, mal angehört Das wollte ich aber alles gar nicht sagen Deine Cousine ist Background-Sängerin bei Udo Lindenberg Achso, das hast du nicht erzählt Man muss irgendwie sagen, du hattest mir nämlich schon davon erzählt Ich habe mir auch was reingezogen Ich fand es gewöhnungsbedürftig, musikalisch Aber erzähl weiter, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass sie Background-Sängerin bei dem großen Udo ist Ich glaube, sie hat auch einen Song mit Udo Lindenberg zusammen gemacht Und jedenfalls habe ich das so durch Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das erzählen, aber hier darf man doch irgendwie alles erzählen Wir sind auch unter uns Ich glaube, dass es irgendwie auf die Abschiedstour von Udo Lindenberg hinausläuft Das was bitte? Dass es auf die Abschiedstour von Udo Lindenberg hinausläuft Ja, also der mir von den Telepromenern erzählt hat Der hat es auch gesagt Auch bestätigt Dass es wahrscheinlich gar nicht anders möglich ist Ja, also ich glaube, sie wollen nochmal irgendwie die großen Stadien voll machen Was tatsächlich anscheinend nicht mehr möglich ist momentan Das hat sich so ein bisschen abgenutzt Also so leicht ist es für Udo Lindenberg nicht mehr, eine Stadion zuzumachen Und genau, um einfach nochmal so einen riesen Aufschlag zu haben Wollen sie, glaube ich, vielleicht sogar auch aus gesundheitlichen Gründen In den Abschiedstour fahren Aber das waren, wie gesagt, Gerüchte Gerüchte, aber genau, würde mich tatsächlich nicht wundern Du, es ist so viel passiert Wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, was alles passiert ist Was hast du getrieben sechs Wochen lang? Du, es war in Japan Stimmt, scheiße, Alter, das wollte ich sagen Du warst in Japan und seit drei Tagen ist in Japan Weltuntergang Deswegen bin ich ja hingefahren Ich bin ja wegen dem Taifun hingefahren Aber hatte mich irgendwie verrechnet Fährt man nach Japan? Naja, ich als CO2-bewusster Mensch Unbedingt Und zwar fährst du mit der transsibirischen Eisenbahn Mongolei, China Und dann setzt du über mit dem Boot Mit dem Paddelboot Hat auch super funktioniert Aber ich musste ja wieder zurückkommen Für den Podcast eben Und wusste nicht so richtig, wie lang werde ich brauchen Weil manchmal verpasst du ja einen Zug Ja, dann sitzt du da in der Wüste-Gobe in der Mongolei rum Und musst zwei Tage warten Und deswegen bin ich zeitig vorgefahren Und dann war der Taifun einfach noch nicht da Schade eigentlich Ich wollte so ein bisschen filmen Ja, ich schaue jetzt gerade bei Google Maps parallel nach Ob man wirklich Ja, ich habe zwei Polen Ich habe diese Strecke Wirklich mal Ich bin hier wirklich mal gefahren Bin aber nicht nach Japan Dann habe ich zwei Polen hier Apropos Polen Hier Glückwunsch zu den Wahlen übrigens Zum Wahlergebnis Toll Ah, ich bin stolz auf meine Landsleute 44% für Kaczynski In einem Land, das 99% katholisch ist Wählen sie einen schwulen und judenfeindlichen Nationalisten an die Macht Ach, zum zweiten Mal Nochmal die absolute Mehrheit gegeben Geil Polen, ihr seid so richtig gut Wenn ich zitieren darf aus dem Wahlprogramm Die sogenannten Schutzversprechen Schutz vor Migranten Schutz vor Schwulen Und Schutz vor der Brüsseler Elite Vor allem Schutz vor Schwulen Das hat mir besonders gut gefallen Ja, Schutz vor Schwulen, das ist gut Das ist gut, wirklich Ich bin richtig stolz auf mein Heimatland Genau, ich schweife hier ab Auf jeden Fall Ich habe hier zwei Polen getroffen Die klischee-mäßig Sind die nur mit Bummelzügen von Polen nach Japan Also ein Stück natürlich Ach, wirklich? Ja Und haben dort Und haben dann in China auf dem Rückweg Wie die wahnsinnigen Fake-Materialien eingekauft Um die gerne in Polen zu verscherbeln Ach komm Super nette Typen Und das war ihr Ziel? Also ist das wirklich ein Geschäftsmodell? Oder war das einfach so Wir nehmen was mit Um uns die Reise so ein bisschen zu finanzieren? Genau Ja, ja, naja So war das Aber das wussten sie schon vorher Sie wussten, dass sie sozusagen So ihre Reise finanzieren können Okay Also es war geplant Aber es war Genau Die Reise stand schon im Mittelpunkt Aber rein theoretisch Ja, ich sehe das jetzt bei Google Maps Rein theoretisch Könntest du tatsächlich mit dem Zug Bis zumindest Also du müsstest über Nordkorea fahren Ich weiß nicht, ob das so einfach ist Du könntest aber rein theoretisch Glaube ich Mit relativ wenig Schiffsfahrt Schiffsfahrt genau Nach Japan kommen Du, vielleicht wäre das mal Vielleicht wäre das mal was für eine Wette Ich trinke Ich trinke Wenn ich einen Jägermeister trinke Muss ich nach Japan laufen Du ohne Scheiß Ach du meinst jetzt so richtig laufen Na laufen hätte ich jetzt nicht Bock Aber ansonsten würde ich diese Tour Die würde ich Also wenn ich nur die Zeit hätte Würde ich sofort wieder machen Das erlebst du ja echt was Ja Ich muss auch wieder was in dieser Richtung Ich wäre ja immer noch Ich würde sagen Täglich Auf diesen Lauf nach Wacken angesprochen Ich glaube das ist das Größte Für die Leute da draußen Was Ost jemals gemacht hat Täglich würdest du sagen? Ja Scheiß auf diese Sozialkritische Songs Die ich mir so irgendwie Aus den Rippen leie ab und zu Ja Scheiß auf diese Diese Anti-Nazi-Post Dieses Dieses Rückgrat Was ich jeden Tag Aufs Neue beweise Und die Absicht Die Welt zu retten Scheiß auf all das Lauf nach Wacken Alter und du kriegst den Fame Deines Lebens Wirklich Geil Oder? Ja Geil Also ich kann es nicht so wiedergeben Aber wenn du das so sagst Dass du da täglich Darauf angesprochen wirst Mega Vor kurzem habe ich Zufälligerweise die Mama Meiner Ex-Ex-Freundin getroffen Selbst die Hat das verfolgt Ich glaube die wusste gar nicht mehr Wie ich heiße Weil es schon zu lange her ist Dass wir zusammen waren Aber selbst sie Hat mich darauf angesprochen Und gesagt Ohne Maske Erkenne ich dich ja gar nicht Hahaha Weil ich Das komplett verfolgt habe Und Und ja Und es gibt auch viele Ich glaube Instagram an sich Hat auch gemerkt Dass die Accounts Dass sehr viele Accounts Direkt danach wieder gelöscht wurden Wie haben die das gemerkt? Achso Du meinst sie wurden Extra eröffnet Um dich mitzuverfolgen Ja ja tatsächlich Genau Da gab es glaube ich auch eine Meldung hier Auf so einer digitalen Die digitale New York Times Ich glaube ich davon berichtet Ja Genau Haben aber lange geforscht An was es gelegen hat Genau Und da muss man jetzt tatsächlich jetzt sagen Irgendwann muss ich in diese Richtung Auch wieder machen Ich habe mich jetzt für den Berlin Marathon angemeldet Tatsächlich Letzte Woche Verarscht du mich? Ne verarsch dich nicht Tatsächlich für den Berlin Marathon angemeldet Es war ja Iron Man jetzt Vielleicht wird das auch noch was Total Pock drauf Ja Aber weißt du was Sie müssen mir da draußen die Daumen drücken Weil ich bin mir nicht sicher Ob ich drangenommen werde Sie haben 40.000 Startplätze 40.000 Und wohl in den letzten Jahren war es so Dass die Startplätze nach ein paar Stunden vergeben waren Und um deswegen so ein bisschen Luft rauszunehmen Gibt es eine bestimmte Bewerbungsfrist Die geht glaube ich bis Ende Oktober Und dann wird im November ausgelost Und Ende November kriegst du Bescheid Ob du genommen wurdest Ob du 42 Kilometer laufen darfst Aber gibt es da nicht so eine Promi-Gruppe? Also dass wir sagen hier Das ist hier der Ost Der Wacken-Ost Der muss auf jeden Fall mitkommen Die Kultfigur Tatsächlich Muss ich mal Ich wollte diesen Promi-Bonus Nicht jedes Mal auspacken Es reicht schon Wenn ich das bei Frauen mache Und das auch noch irgendwie beim Laufen Ich bin ja auch irgendwie ein cooler Typ Weißt Und will deswegen punkten Aber ich glaube Wenn du schon mal einen Marathon gelaufen bist Dann hast du so eine Greencard Da darfst du auf jeden Fall mitmachen Ah und du bist noch keinen voll gelaufen Ja ne ich glaube Genau ich glaube die wollen einfach Diesen Marathon-Tourismus so ein bisschen eindämpfen So von Leuten Das heißt Die übergewichtig sind Und Masken tragen und dann laufen Du musst ja auf irgendeinem Wald- und Wiesen-Marathon Sozusagen eine Teilnahme-Urkunde Erarbeiten Und mit der kannst du dich dann bewerben Ja Finde ich gut Irgendwie sowas in die Richtung Ganz kurz mir war gar nicht klar das was ich bewerben muss Ich dachte irgendwie Da darf einfach mitlaufen Wer will Weil es gibt ja auch ein Startgeld Genau es gibt ja ein Startgeld Genau Finanzieren die ja auch den ganzen Scheiß Genau Nicht wenig 120 Euro mal 40.000 Das sind glaube ich Knapp 5 Millionen was man damit verdient Ich glaube es ist aber auch nicht so billig Halb Berlin abzusperren Ist nicht billig Und Wobei auch Berlin natürlich da mitmacht Weil das ist ja wirklich ein Renommee für die Stadt Aber sag mal Was ist denn da Das Gewinnergeld Weißt du was Ich weiß es nicht Tatsächlich Ich habe Damit werde ich mich beschäftigen Wenn ich so Wenn ich auf dem Weg Zu der Zeit bin Mit der ich gewinnen könnte Weil das ist Echt nicht wenig Ja ja Vor kurzem ist einer Hat jemand Ein Marathon Weltrekord gebrochen Der ist den Marathon In unter 2 Stunden gelaufen 42 Kilometer In unter 2 Stunden Das ist doch pervers Pervers Ja Okay Nächstes Thema Auf jeden Fall Ganz kurz noch zum Abschluss Fängt irgendwie glaube ich Am Bundestag an Und hört Brandenburger Tor auf Also ich glaube Die Kulisse und so Du läufst dann auch In der Siegelsäule vorbei Und am Potsdamer Platz Ich glaube die Kulisse an sich So eine Sprache entlang Auch wird schon fantastisch sein Also das glaube ich Das ist schon ein Erlebnis Mit 40.000 Läufern Irgendwie durch Berlin Und West- und Ostberlin Irgendwie zu laufen Das ist Tatsächlich Ich glaube Das ist ein sehr beeindruckendes Gefühl Sehr emotionales Gefühl Und ich habe auch schon mal Davon erzählt Dass dann viele ja auch So sich verkleiden Und der eine dann als Zahnpasta Da rumrennt und so Also es muss wirklich Da gibt es viel zu sehen Zu erleben Ich muss das eigentlich auch Mit Maskeras ausmachen Ist klar Eigentlich schon Eigentlich schon Ja Okay Lass uns mal ganz kurz Weitergehen Was noch so passiert ist Ich war auf dem Ich bin Als Mikro-Influencer Verfolgte natürlich Alle regelmäßig Meinen Instagram-Channel Und ich war am Freitag Auf dem Mero-Konzert Ich weiß bis jetzt nicht Wie ausgesprochen Wie der Mero 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 Kann ich dir auch nicht weiterhelfen? Ich war aber sehr beeindruckt Von deinen Videos Das war das erste Wirklich richtig Hardcore-Hip-Hop-Konzert Meines Lebens Richtiger Hardcore-Hip-Hop-Konzert Meines Lebens Ähm Und ich war Ich war echt geschockt Ich war wirklich geschockt Ich würde sagen Das war Fast das Schlimmste Was ich jemals ertragen musste So krass würdest du sagen? Ja Ich würde es echt sagen Ich fand Und kann man sich aber nicht Begeistern zu sagen Für ihre Fähigkeiten Was eben Wie schnell sie rappen können Ja genau Also er kann Er kann wirklich sehr schnell rappen Das ist auch Meiner Meinung nach Die einzige Fähigkeit die er besitzt Aber es ist alles So lieblos gemacht Ich hab tatsächlich Auch diese dicken Männer Mit Bärten Die hab ich vermisst Ich wollte die unbedingt Wiedersehen Einfach dicke Schwarze Schwarz angezogene Bisschen stinkende Menschen Die vielleicht nicht die schönsten sind Aber dafür ein bisschen was in der Birne haben Das war Es ging los Um 8 Uhr Draußen hast du schon viele Alter gehört Und so Wenn du in der Schlange warst Was? Weißt du Und dann bist du rein Und dann standen sie schon alle Alle schon die Handys oben Bevor es losging Und dann Dann war das auch der Löwensaal Ich weiß nicht Du spielst ja auch schon öfter Du spielst natürlich auch öfters Im Löwensaal Du kennst diesen Saal Und die Kiddies Die waren so klein Dass der Saal ausverkauft war Aber du hast noch ewig Platz gehabt Das war so lustig Weil hinten Also da hättest du Meiner Meinung nach Hättest du bestimmt noch 500 Leute rangebracht Wahnsinn Und es war ausverkauft? Ja Innerhalb von 2-3 Wochen Innerhalb von 2-3 Wochen Es ist ja eigentlich viel zu klein für ihn Das ist schon echt ein fetter Act so Und dann geht es los Und das ist so lieblos Das Intro ist nicht richtig gut Und nicht laut Und der Sound war nicht gut Und die Kiddies drehen durch Niemand Hat meiner Meinung nach irgendwie Bock Da die Musik zu hören Sondern Hält einfach sein Handy hoch Schau das an Hinten hast du dann solche Mamas Solche 35- bis 40-jährigen Mamas Die auch nichts anderes machen Als zu filmen Das komplette Konzert Durchzufilmen Wer schaut sich diese Scheiße an? Du kannst ja nicht mal den Ton anhören Auf solchen Konzerten Also nützt dir das nichts Und dann hast du irgendwie Noch ein paar Strahlen von vorne Also es ist wirklich sinnlos Dieser Konzert damit zu schneiden Naja Das ist ja wieder ein anderes Thema Und das wird ja überall gemacht Und ich frage mich auch dauernd Wer das anschaut Und sag mal Waren das dann Mamas Weil es sehr viele Teenager da waren Oder waren es einfach Mamas Die ihn auch geil finden? Ne Also die Mamas Ja Ne Aber es waren gar nicht So viele Eltern da tatsächlich Also ist Lass es Lass es Lass es 50 Eltern sein Ach Ne da mal 30 Eltern Teile Seien Die toll waren Und die meisten Die meisten haben dann auch Doch irgendwie Lip Sync mitgesungen Also Müssen es schon Fans gewesen sein Aber es ist einfach eine andere Welt Es ist eine andere Welt Das hilft einfach nichts Also ich war dann irgendwann froh Genau Ich wollte nur sagen Nach 60 Minuten Wirklich nach 60 Minuten War Feier an Und in diesen 60 Minuten Hat er noch zwei Also einen Song Zweimal gespielt Das war dieses Baller los von ihm Das hat er zweimal gespielt Und nach Punkt 60 Minuten Aus Bei uns Die hätten die Bühne gestürmt Die haben sich zu Recht beschwert Warum man irgendwie 30, 35 Euro Für ein Konzert Ausgibt Wollte ich gerade fragen Ticket war so 30, 35 Schätze ich Ja Ich war auf der Gäste Weiß ich es nicht Aber Ja Würde ich behaupten Okay Und dann War es so ganz unangenehm Zum Schluss Als alle rausgingen Saßen so Jugendliche Mit Türkei-Fahnen Auf den Schultern So Haben sich dann gegenseitig Auf die Schultern genommen Und haben dann ganz laut Türke, Türke Gebrüht Türke, Türke Und dann Stimmten die anderen Weil Ausländeranteil Oder Migrationsanteil Vielleicht 98% Ey Ist mir wurscht Alles cool so Aber sobald dann irgendwie Türke, Türke Rufe kommen Dann finde ich es genauso bescheuert Wie wenn Deutschland Deutschland Rufe Bei den Onkels kommen würden Was soll der Kack Was soll der Kack Das hat es mir dann Richtig unangenehm gemacht Ja Und ich war dann War dann echt froh Ich habe dann Es haben ja befreundete Jungs gemacht Also Techniker von uns Und ich habe dann Diverse Diverse alte Techniker Und Freunde von uns getroffen Und auch wenn ich nicht rauche Stand ich bei ihnen Und habe so Passiv mitgequamt Um einfach das nicht Anhören zu müssen Es war hart Wirklich Schade 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 Na genau Es gibt ja auch wirklich Geile Hip-Hop-Konzerte Auch ohne Band Also wo wirklich nur Turntables und gerappt wird Habe ich auch wirklich Schon geile Sachen Total Es gibt Es gibt schöne Und gute Hip-Hop-Bands Vielleicht fehlt ja auch Irgendwie die Erfahrung Vielleicht ist er da zu jung Im Geschäft Und weil live ist halt Was anderes Da muss man sich schon Ein bisschen auseinandersetzen Ja Es ist ein 19-Jähriger Der hat dir halt Irgendwas von Koks vorrappt Alter Muss er nicht Ich bin alt genug Apropos Koks Ich glaube es ist die neue Bushido Nummer Da kommt auch wahnsinnig Oft das Wort Koks vor Ja Hat er jetzt direkt Aus dem Aus der Polizei Aus dem Polizeischutz Aufgenommen Und Personenschutz Ja das verstehe ich auch nicht Also ich dachte ja auch Bushido ist total am Arsch Und da geht auch nichts mehr Und jetzt kommt er einfach Hier so zurück Mit einem Song Und der ist auch gar nicht so Ich dachte Der ist dann total Hass erfüllt Oder er will es jetzt Irgendjemanden zeigen Aber es ist einfach Ich sag mal Ein bodenständiger Bushido Song Okay Ronin oder was Wie heißt der Ronin glaube ich Ja genau Ja genau Ja muss ich mir mal reinziehen Ähm genau Kannst du dir auch nicht reinziehen Hast du auch nichts verpasst Okay Was hättest du davon Wenn wir irgendwas mit Hip-Hop In den Titel heute packen Weil wenn wir natürlich Jetzt schon der Metal Podcast sind Ja Ähm Dann müssen wir natürlich provozieren Wir müssen uns Wir müssen Feinbilder Wir müssen Feinbilder schaffen Also genauso wie der Hip-Hop Sich immer anfeindet Und Jede da draußen Platt macht Alter Ähm Müssen wir natürlich auch Feinbilder schaffen Und zuerst müssen wir Unsere Community Um uns schauen Weißt du wie ich meine? Genau Oder wir arbeiten noch Mit diesem Begriff Hass hier Und wie der Parabelritter Der arbeitet dann immer Irgendwie Alle hassen Metal Alle hassen Hip-Hop Vielleicht kann man da Irgendjemanden Alle hassen Freiwild Alle hassen Ja ja Hip-Hop hasst Metal Metal hasst Hip-Hop Aber es ist gut Ja Dann einfach ganz plakativ Hip-Hop ist Scheiße Oder alle hassen Hip-Hop Aber dann ist es ja wieder Dann ist es ja total Aber lasst uns alle hassen Hip-Hop Alle hassen Hip-Hop Das ist gut Schauen wir mal Der Parabelritter Der mittlerweile 40.000 Instagram-Follower hat Mehr als der Matom Übrigens Äh Für was? Also lieber Parabelritter Wir mögen uns Und wir kennen uns Also zumindest denke ich Dass wir uns mögen Ähm Warum 40.000? Tja der ist halt Der ist ein angesagter Metal-Journalist Nein Der ist ja kein Journalist Ist es ein Journalist? Nee Influencer 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 Naja egal Er hat seine Sendung Aber stimmt schon Das haben wir jetzt gelernt Durch die Kramp-Karrenbauer Dass journalistisches Arbeiten Bestimmte Voraussetzungen mit sich bringt Ja Genau Deswegen Aber wir müssen auch von den Großen lernen Und uns einfach an den Großen orientieren Ähm Deshalb würde ich sagen Titel der heutigen Sendung Ich schreibe das gleich mal auf Damit wir es nicht vergessen Weil es ist ein sehr komplizierter Titel Alle Hassen Hassen Hip-Hop Okay Ich habe es auch oft notiert in meinen neuen Riesenteleprompter In meinen 27 Zoll Teleprompter Kann ich auch reinschreiben Richtig geiles Gerät Richtig geiles Gerät Richtig geiles Gerät Genau Auch wenn es keinen Podcast gab Ähm Apropos Hip-Hop Die neue Deichkind-Scheibe ist der Oberhammer Ja Findest du? Ja Ich bin noch nicht so weit Mir sind zu viele Songs Ich finde sie auch wirklich gut Wirklich richtig Aber ich sage Ab vier guten Songs Ab vier guten Songs Ist für mich eine Platte in Oberhammer Ja genau Okay Dann ist es der Oberhammer Aber es ist nicht so Wie meine Lieblingsplatte von Deichkind Ähm Die Der mal wirklich hoch und runter gehört Wieso Weshalb Warum Nee Wieso Weshalb Warum natürlich Genau Das ist Dieses Niveau hat es leider für mich nicht Bin ich bei dir Das war wirklich so ein So ein Longplayer Den man durchgehört hat War noch nicht so viele Songs Und es war wirklich Nicht so viele Songs Und wenn es vorbei war Sofort wieder von vorne Ähm Genau Da bin ich voll bei dir Und das habe ich wirklich Als Album Und ich weiß echt nicht In letzter Zeit Ähm Wann ich so halben So richtig von Anfang bis Ende Immer durchgehört habe Und das ging Also stimme ich dir voll zu Ging mir voll genauso Also du fängst vorne an Bis dann am Schluss Ich weiß auch genau Der letzte Song ist Selber machen lassen Und dann gehst du wieder an den Anfang Mega geil Ja Deswegen auch Ich brauche auch keine 18 Songs mehr Auf Alben Wirklich Rammstein hat es genau richtig gemacht Elf Songs Album fertig Fertig Machen sie schon immer noch Machen sie schon immer Die war eine Zeit voraus Ja Okay Dann ey Pass auf Wenn wir dabei sind Dann komm Lass uns die Playlist Gern mal füllen Oder Ja sehr gerne Ich habe nämlich auch Sehr viele Musik gehört Und ich werde heute Mehr als zwei Songs Draufpacken müssen Ich nicht Ich bin da irgendwie Ich weiß auch nicht Ich such mal einen raus Und dann Ja Ist gut Deswegen sind wir so unterschiedlich Deswegen Funktionieren wir beide so gut Also Schieß los Da bin ich so Beamter Da bin ich einfach so ein Beamter Der sagt Hey Playlist Okay Ein neuer Song Pro Woche Zack Ja So ein schwuler Beamter bist du Ich wünsche dir Alter Ich wünsche dir Dass du mal nach Polen ziehen musst Mit deinen Flüchtlingen Und mit deinen Mit deinen Mit deinen ganzen Hier Schwulen Schwulen Und so weiter Ja Da jetzt Nichts mehr zu lachen Mein Freund Ja oder ich werde Umerzogen Und dann gefällt es Dann findest du mich Voll geil Dann bin ich nicht mehr schwul Und keine Ahnung Das ist so Wie früher Es gab so Leute Die in den Krieg ziehen mussten Und davor Volle Anti Also Pazifisten waren Und waren natürlich Gegen Hitler Und wollten nicht in den Krieg Und dann sind sie in den Krieg Und in einem halben Jahr Waren sie so drin in dem Thema Dass sie dann zu den größten SS-Verbrechen geworden sind Gab es auch Und ich glaube So eine Karriere Steht dir bevor Das ist ja furchtbar Warte Hast du wieder eine Doku geschaut Wo das sozusagen rausgestellt Herausgearbeitet wurde Sehr schön Also Raced Oder Raced 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 Fist Kennst du die Band? Klar Alte Punkband eigentlich Genau Logisch Ich habe eine neue Scheibe rausgebracht Und bin voll drauf eingestiegen Ich glaube das erste Mal Irgendwie so auf die Band Ich habe die immer Ich kannte den Namen Vielleicht so ein paar Songs Aber Bin da nie hängen geblieben Und jetzt voll Und mein Wunschkandidat Für unsere Playlist ist Anthem Okay Sehr gut Hymne Übrigens echt scheiß Sound Echt wahnsinnig beschissen Produziert Oder sehr eigen Oder Wahnsinn Das muss ich hier mal Mit einem Chef besprechen Und zwar habe ich das erste Mal Im Leben Bewusst Thies Ullmann gehört Kennst du den? Ja Also kennst du natürlich Aber magst du das? Magst du auch? Ja ich mag das Aber eigentlich glaube ich Immer ein Song Von einem neuen Album Das er rausbringt Das ist total interessant Aber da gibt es so ein Megasong Das war schon wieder ein paar Jahre her Manchmal ist das so ein bisschen Anstrengung Und ich kopiere die Texte Auch nicht so richtig Das ist mir dann zu intellektuell Aber ich habe dem Album Das ist auch ein alter Punk Ja ich habe dem Album Und zwei drei Chancen gegeben Und steigt das so ein bisschen drauf ein Auch nicht komplett Mir geht es so ähnlich wie dir Drei, vier, fünf Songs Und dann ist alles cool Also dann mehr brauche ich nicht Jedenfalls ist aber trotzdem Der Anfang Den finde ich schon richtig gut Es gibt einen Song Der heißt Fünf Jahre nicht gesungen Gleich der Oper Finde ich echt großartig Und es gibt noch einen zweiten Den will ich nicht draufpacken Aber es gibt noch einen zweiten Der hat den grandiosen Titel Ich bin der Vater Der die Frau nach Hip-Hop-Video dreht Nach Hause fährt Und da beschreibt es Ein bisschen die Hip-Hop-Szene Und wie es so ist Und wie die AMGs ausgeliehen werden Und die Plastik-Pam-Guns Irgendwie in die Kamera gehalten werden Das ist sehr lustig Und genau Eigentlich auch ein guter Song Und er macht eigentlich dann schon So eine neue Themenwelt Oder andere Themenwelten auf Ja, ja, genau Macht er Ich habe nämlich auch schon Einen von der neuen Scheibe gehört Ich weiß nicht mehr, wie der hieß Dann gibt es ein neues Sido-Album Was ich voll ab Ich mag Sido einfach Das ist guter Hip-Hop für mich Und der hat mit Monchi Glaube ich wieder ausgesprochen Von Fines an der Fischspiele Einen Song Der heißt Leben vor dem Tod Mega Song Und wirklich auch ein richtig Starkes Album von Sido Dann habe ich Den Eindruck habe ich Ja, Entschuldigung Ich wollte nur sagen Ich wollte es bestätigen Da habe ich nur so flüchtig reingehört Ins neue Sido-Album Und ich habe auch den Eindruck Der kriegt auch irgendwie Die geile Kurve Echt zwischen eigentlich so Radio Kommerzmusik Und irgendwie ist es dann immer noch Glaubwürdig und kredibel Oder irgendwie macht es einfach Spaß Immer und immer wieder Da müssen sich Die ganzen Gangster-Hip-Hopper Echt mal eine Scheibe abschneiden Das ist Der kriegt das wirklich hin Genau Dass er auch so Auch Leute Die so in der Mitte Zwischen den Genres stehen Die dann auch abholt Weil sie das dann trotzdem abfeiern Weil auch die Texte ganz gut Die Themen ganz gut sind Und dann holt er sich halt immer Ganz gute Feature-Leute So wie Monchi zum Beispiel hier Casper ist auch dabei Und diverse andere Und so Das ist Und hat irgendwie ein gutes Gespür Für die Zeit Und für den Song Das letzte Album fand ich Nicht so gut tatsächlich Für mich eigentlich Das schlechteste von ihm Entschuldigung, welcher Song? Das letzte Album Genau Das war sehr eigenwilliger Da hat er irgendwie Einfach versucht Mal wieder so Hip-Hop zu machen Aber auch Hip-Hop Das finde ich auch Jetzt irgendwie bei Bushidi Das ist halt auch Irgendwann ausgereizt Warum nennen wir uns nicht einfach Der beste Hip-Hop-Podcast der Welt Wir reden schon viel über Hip-Hop Was ist der nächste Wunsch? Nächster Song ist Paskow Glaube ich wird so Paskow Mit S-C-O-V am Schluss Ja, kennst du bestimmt nicht Habe ich im Release-Radar gefunden Wunderkind heißt der Song Finde ich großartig Ganz geile Nummer Ich glaube die Band kennt auch Wunderkind Ja Der Song heißt Wunderkind Die Band heißt Paskow Großartiger Song Und dann Weil wir der Metal-Podcast dieser Welt sind Der beste Metal-Podcast dieser Welt sind Möchte ich natürlich einen Klassiker des Metals draufpacken Und zwar Battery von Metallica Metallica Okay, ich schreibe hier gleich mal mit in meinen Teleprompter Haben wir den nicht schon drauf? Weiß ich nicht Egal Oder ich habe Es gibt ja auch eine Süd-Playlist Für die will ich auch gleich mal Werbung machen Für alle Schlagzeuginteressierten Da ist er ziemlich sicher drauf Ja Du, jetzt hast du mich Das waren deine Wünsche? Ja Ich werde schauen, ob ich sie erfüllen kann Muss ich irgendwie hier alles absprechen Das ist ganz klar Mit der Redaktion Ja Aber jetzt hast du mich irgendwie so ein bisschen angefuchst Jetzt will ich irgendwie noch von Böhmermann Angefuchst, Alter Kann man jemand anfuchsen? Du bist ja ein Behindie Angefuchst Ja Behindie sagt man nicht Doch, sagt man schon Hier sagt man das Blasser, dünner Junge macht seinen Job Ist ein älterer Song von Böhmermann Und Böhmermann hat ja eine Karriere Auch als Hip-Hopper gemacht Hat auch einen neuen Song rausgebracht Und über diesen neuen Song bin ich eben Auf diesem Blasser, dünner Junge macht seinen Job Das war, glaube ich, der Song von vorletzter Woche Mein Song der Woche Ich habe immer so persönlich einen Song der Woche Und den habe ich wirklich am Tag, glaube ich, fünfmal angehört Okay Mega, macht ultra Spaß Sehr gut Ja, geil Mensch, da haben wir das auch schon wieder abgearbeitet Apropos bei Handy Ich war im Kino Und habe mir Joker angeschaut Unglaublich gespielt Wirklich unglaublich gespielt Der kommt erst Der kommt erst Du warst schon im Kino Ach, Leute Mensch, während du irgendwie zu Hause rumsitzt Und dir an deinen stückigen Eiern Japan Transsibirische Eisenbahn Ja Wüste Mache ich hier eine Sache nach der anderen Und ich war in Joker Und habe mir das angeschaut Sehr, sehr langwierig erzählt Mache ich aber jetzt positiv Sehr langwierig Sehr detailliert erzählte Aber ist er jetzt gut oder nicht? Ja, Psychostudie Die zeigt, wie ein Mann, der so psychische Probleme hat Ganz langsam durch das Raster des Systems fällt Und von der Gesellschaft zu dem Stich gelassen wird Und in so einer Spirale dann landet Aus Verzweiflung und Wut und so weiter Und er dann praktisch zu einem Mörder mutiert Und ich finde es wirklich großartig Hat überhaupt nichts mit der Action der Batman-Filme zu tun Wirklich gar nichts Total überraschend Weil ich die ganze Zeit gedacht habe Okay, wann geht das los? Wann fängt er das Abschlachten an? Aber das passiert gar nicht Robert De Niro spielt einen großartigen Night-Talker Was ist der? Night-Talker? Naja, Late-Night-Talker Achso, genau, okay Und Und Jacqueline Phoenix spielt den Joker Und das ist Oscar Jeder, glaube ich, der diesen Film sieht Der geht raus und sagt Da gibt es nichts anderes Den musst du sofort direkt nach den Dreharbeiten Den Oscar in die Hand drücken Das ist wirklich unglaublich gespielt Okay, toll Apropos Film, wenn du jetzt davon anfängst Ich habe jetzt übrigens Yesterday und The Green Book auch mal angeschaut Ich bin nämlich, muss ich jetzt zugeben Weil es ein bisschen knapp wurde Am Schluss nochmal ein Flugzeug gestiegen Auf der Rückreise von Japan Okay Und Yesterday macht ja ultra Spaß Yesterday macht Spaß Aber es ist einfach Leichte Unterhaltung Aber irgendwie fand ich es Das war schön Die Songs Die Beatles-Songs sind halt unfassbar gut Ja, das kriegt man mal wieder mit Wie gut die eigentlich sind Egal, wer sie singt Also sie singt schon auch gut Und die Welt da außen Die ist so brutal und furchtbar zu mir Ich brauchte einfach so schöne, leichte Kost Filmisch Ja, gut Und Wie war Green Book? Ich habe leider Ich habe angefangen Und habe nicht weitergemacht Weil ich das mit meiner Mit meiner neuen Freundin angucken wollte Und Und wir hatten noch keine Zeit Wir haben uns Also wir kommen vor lauter Ficken Sex Ja, Sex Nee, nee, Ficken Kommen wir gar nicht mehr dazu Diesen Film anzugucken Zu Ende zu gucken Und ich will ihn nicht alleine schauen Weißt du, weil dann muss ich nochmal gucken So Wenn eine Beziehung frisch ist Kann ich mich auch erinnern Da wird Da bummst du Kann ich mich erinnern Schon lange her Aber es Ah So ein paar Wochen Wie fandst du der Green Book? Da rammelt man eigentlich zu viel Wenn ich kurz abschweifen darf Da rammelt man Also da hat man so so Punkte Da will man eigentlich gar nicht mehr Und dann rammelt man immer noch Und das sind dann diese Rammeleien Die sind dann eigentlich so verschossen Weil die Die hätte ich dann lieber Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eingesetzt Kennst du das? Aber man kann sie nicht aufsparen Es gibt keine Rammelbank Wenn man so viel fickt Dass dieses Bändchen Zwischen Zwischen Koppe und Vorhaut So ein bisschen angerissen ist Und wehtut und so rot ist Kennst du das? Nein Nein Ja, siehste 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 Ich kenn das Auf jeden Fall würde ich sagen Er wurde ja vor allem Für die schauspielerische Leistung Oscar nominiert Und die war wirklich großartig Den Film Der Film an sich Hat jetzt wenig Dramaturgie Das hat mich so ein bisschen Aber da habe ich fast mehr erwartet Aber ich bin halt Ich bin mit riesen Erwartungen In diesen Flieger gestiegen Genau Eigentlich bin ich in den Flieger gestiegen In den Flieger gestiegen Du bist mit riesen Erwartungen In den Flieger gestiegen Dass mich dieser Flieger Wirklich auch in die Luft hebt Und nach Hause bringt Nein Nein Mit riesen Erwartungen In den Flieger gestiegen Um den Film anzuschauen Weil der läuft ja hier nicht mehr im Kino Und dann wusste ich Ich habe ja zu Hause Keinen DVD-Player Oder ich habe auch kein Internet zu Hause Und dann wusste ich Wenn ich jetzt ein Flieger buche Da kann ich vielleicht noch ein bisschen Den Film schauen Und es war auch so Aber ich habe mehr erwartet fast Aber ist schon gut Scheiße Dann muss ich jetzt Das heißt Gar nicht mal zu Ende gucken Oder was? Boah Also wenn du angefangen hast Und zu Ende gucken Das finde ich eh schwierig Ja Das ist scheiße Okay Dann muss ich Muss ich dann schauen Ähm Du Mein Tipp Mein Tipp ist Du wartest ein halbes Jahr Trinkst richtig viel Alkohol Muss ich dir aber gar nicht dazu sagen Dann hast du glaube ich Den Anfang wieder Den du bis jetzt gesehen hast Komplett vergessen Und dann fängst du nochmal neu an Und ziehst dann einem Tag durch Ja Ein Stück natürlich Ich glaube wir werden heute Nicht der beste Sondern der längste Podcast der Welt Es gibt zu viel aufzuarbeiten Ich wollte da noch ganz kurz sagen Ähm Bitte Erstmal ein großes Dankeschön An alle Die sich auf unsere Fuck-Nazis-Shirts gestürzt haben Ähm Es ist unglaublich Was 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 Wir werden Und werden Ähm Go Volontaire Damit Damit unterstützen Ähm Genau Auf jeden Fall eine großartige Reaktion von euch Wir verlieren natürlich Wie immer Weil das möchte ich mal ganz kurz dazu sagen Es gibt ja immer diese Arschläche Die dann reinschreiben Naja Das ist ganz schön populär Das jetzt irgendwie zu Zu sagen und zu schreiben Weil Weil es in ist Gegen rechts zu sein Es ist ein Scheiß in Gegen rechts zu sein Es ist eben gar nicht Gegen rechts zu sein Es ist out Gegen rechts zu sein Ähm Das zeigt allein schon das Beispiel Dass du bei solchen Wenn du so einen Post machst Verlierst du irgendwie Drei, vier, hundert, fünf, hundert Äh Fans bei Facebook So Ich scheiße auf diese Leute Sollen sie sich verpissen Das ist Wir sind ja eh nicht die Band Ähm Der Leute Die das irgendwie nicht Ähm So einen Post nicht gut findet Ähm Und dieses Problem haben übrigens Nicht nur wir Sondern dieses Problem hat Ähm Haben diverse andere Bands Ähm Kannst du bei linken Bands anfangen Wie bei Ähm Bands die eher Ähm Keine Ahnung Die in der Grauzone bedienen Äh Die verlieren diese Fans Genauso nach solchen Posts Jedenfalls Äh Wollte ich sagen War ich von dieser Reaktion An sich Wirklich total begeistert Und äh Ja Fast ein bisschen ergriffen Ähm Wollte in diesem Moment Ja Und wollte in diesem Moment Nur ganz kurz sagen Äh Diese Erwähnung Diese Zeit muss sein Jan Böhmermanns Post Zu diesen Anschlägen War Einzeltäter Sinds 1933 Das fand ich so großartig Dass mir das nicht mehr aus dem Kopf geht Und ich mir gedacht hab Ich muss das nochmal loswerden Den hab ich leider gar nicht gesehen Ich bin ja eh voller Böhmermann Fan Einzeltäter Sinds 1933 Großartig Weil du weißt Wieder diese Vollhonks gibt Die da wieder reinsteigen Ja das war nur Einzeltäter Das war kein scheiß Einzeltäter Leute Das ganze System ist mittlerweile so weit Dass es möglich mag Dass diese Leute da hervorkommen Und das machen es Genauso wie Islamisten Keine Einzeltäter sind Das hat die IS Hat ihnen diese scheiß Propaganda In den Kopf gelegt Und sie haben es aufgesaugt Und haben sich radikalisiert Und genau das gleiche ist Bei diesen Drecks Nazis So Das musste mal kurz nochmal los Ich will das jetzt nicht komplett Äh Komplett auf Aufwühlen Wieder dieses Thema Und wieder hervorbringen Ich frage mich nur Warum dann Warum Freiwild und Philipp Burger Sofort den Song rausbringt Gegen Linke Und von mir aus auch Rechte Wenn irgendwie ein paar Linke Steine auf Autos schmeißen Ist nicht cool Ist scheiße Ja Aber wenn hier Wenn sowas passiert Wenn Menschen wirklich Getötet Ermordet werden Warum dann diese Bands Alle schweigen Das kapiere ich da nicht Und das mache ich ihnen Tatsächlich zum Vorwurf Ja Und klar Das mit dem Steine werfen Damals Oder der ganze Linksaufmarsch Das war natürlich ihre Chance Dann mal zu zeigen Aber schaut mal da Das ist jetzt die Linken Die Scheiße Links ist genauso scheiße Wie rechts Ja weiß ich nicht Nein Weiß ich auch nicht Vor allem Nicht in dieser Form Wo es dann auch wirklich Tode gibt Wo einer dann wirklich Aus Kalkül Schwer bewaffnet In eine Synagoge Laufen will Das ist schon eine krasse Nummer Ja das ist schon mal Echt ein bisschen was anderes Als ein Auto in Brand zu setzen Nicht dass ich es geil finde Ein Auto in Brand zu setzen Aber es ist einfach Eine andere Nummer So wir sprechen hier Wirklich von Terroristen Von Mördern Und dann irgendwie Sich sich überhaupt Überhaupt So eine So eine So ein Post von uns Überhaupt in Frage zu stellen So Da beweist du doch Dass du ein rechtes Arschloch bist Niemand anderes Kann das in Frage stellen So Das auch nochmal Dazu Also vielmehr Ist glaube ich Also wir haben eigentlich Schon alles dazu gesagt Jetzt Jetzt reicht es Aber ich wollte nochmal Verbal irgendwie Kurz loswerden Genau Und was aber echt super war War die Grundstimmung Der meisten Also wirklich Der Mehrheit Der eindeutigen Mehrheit Der Kommentare Dass sie das echt Positiv irgendwie Sozusagen aufgenommen haben Und wahnsinnig viel T-Shirts gekauft haben Und es geht auch wirklich Zu 100% weiter Das ist Geld Und genau Ich halte mich dann auch Wirklich an dem Positiven fest Ja Das ist schön Das ist wahrscheinlich Das ist das Einzige Was jetzt gerade bleibt Okay Kurze Pipi-Pause Und dann geht's los Mit Westfragen, oder? Ja, würde ich sagen Die Zeit Die rennt Die Zeit rennt Herbst oder Frühling? Naja, inzwischen geht es ja Ineinander über Bei mir ist gerade Frühling Hier in München Achso So meinst du das? Also der Winter ist weg Und es geht nur noch Der Herbst oder Frühling Genau Hey, ich bin tatsächlich Eigentlich bin ich für den Frühling Weil Bei mir Du rutscht auf deinem Kastanien aus Aber du bist nicht Böse auf diese Kastanien Ja, du nimmst da so eine Kastanien Mit nach Hause Weil die ist dann auch wieder so So als Ich finde es ist eine der Perfektesten Früchte So eine Kastanien Die ist so So ganz glatt Und toll Aber eigentlich Wächst sie ja in einem Stachelkorsett auf Und Ach, das ist der Herbst Was der Herbst mit sich bringt Eigentlich dann doch schön Ne Also bin ich überhaupt Ich finde Frühling ist Weil da steht alles bevor Da fängt der Sommer Und diese Winterdepression Hört Also Ja Hört auf langsam Ähm Und was mich total fertig macht Aber das sage ich glaube ich Jedes Mal an dieser Stelle Ist einfach die Dunkelheit Ich hasse Also ich mag Licht Und ich hasse Äh Ich hasse so Wenn du Irgendwie Dich ins Studio setzt Und es ist dunkel Und du kommst raus Und es ist dunkel Ähm Und kannst du irgendwie Der Tag ist so für den Arsch Das nervt tatsächlich Was ich im Herbst toll finde Ähm Ist das Pilzesammeln Ich Ich gehe Moment Mensch Du hast ja wieder Bilder Jetzt hier geschickt Na Wahnsinn Was du da abräumst Ich gehe momentan wirklich Ich bin gestern in den Wald gegangen Und war Ich schätze mal 20 Minuten drin Und hab den kompletten Korb Ich glaube 5-6 Kilo Pilze Einfach Einfach so Das war wunderbar Und zwar nicht irgendwelche Sondern das sind Ähm Das sind Ähm Birkenpilze Ein sehr leckerer Pilz Ähm Leicht zu putzen Fast nie wurmig Ach herrlich Leute Und hast du eigentlich schon mal Das ist eine blöde Frage Aber einen Geigerzähler hingehalten Ne Aber ich lese dazu Immer wieder Immer wieder Ähm Berichte Aber hey Und es ist inzwischen entspannt Oder was Alter Also wenn du das Wenn du das In Zweifel Äh Ziehst Was ist denn mit allen Anderen Früchten Mit den Fischen Die du isst Also Da bin ich so dermaßen entspannt Bei Pilzen Wirklich Ne Ich hab kürzlich eben Eine Story gelesen Da wurde Ähm Also jemand hat im Atomkraftwerk gearbeitet Und ist dann durch den Dann kam er früher an Zum Arbeiten Dann kam er nicht durch Diese Sicherheitskontrolle Weil er verstrahlt war Und er hatte eben Ein Wildschwein gegessen Das Wildschwein war anscheinend So verstrahlt Dass der Geigerzähler Im Atomkraftwerk Angesprungen ist Und er hat persönlich Und die Wildschweine Und die Wildschweine Es sind ja Pilze So kam ich dann drauf Nein Es ist tatsächlich so Dass Das Wildschweine Entschuldigung Dass Pilze Radioaktiv belastet sind Vor allem Maronen noch Also es sind immer noch Die Überbleibsten von Tschernobyl Ähm Genau Aber Ja wie gesagt Aber das war so minimal dann Ich bin mir Naja weiß ich nicht Aber ich bin mir Ziemlich sicher Dass das Dass das bei Sehr vielen Anderen Füchten Und wie gesagt Tieren Jetzt Dein Wildschwein Beispiel zeigt Oder bei Fischen Genauso ist Mein Opa hat sein ganzes Leben lang Pizza gegessen Und ist auch 85 geworden Und war noch näher An Tschernobyl Als wir sind Ich bin dann entspannt Was ich dann in Japan gehört habe Ist dass Rotwein Das ganz gut kompensieren soll Also vielleicht solltest du dann Die Genau Immer schön viel Rotwein dazu trinken Ja aber ich trinke Weißwein Deswegen Ich werde sterben Ich werde an Krebs sterben Weil ich Weißwein trinke bin Amen Ja Amen Freakfrage Welcher Band wird Eurer Meinung nach Die nächsten Metallica So jetzt sind wir endlich mal drin Jetzt sind wir in diesen Metal-Themen drin Die wir brauchen Da wo wir auch stark sind Wer wird die neuen Ja Ja Okay Ja aber ich glaube Es gibt so eine grundsätzliche Frage Kann sowas Also das hat man ja auch schon So mit Pop und Rockstars Die Diskussion Kann es so einen großen Star Wieder und nochmal geben Oder hat sich die Zeit So sehr verändert Verschoben Dass es viele Halbgroße nebeneinander Parallel geben wird Ja Also ich glaube Zweites tatsächlich Ja ich glaube auch Aber Parkway Drive Das ist gerade schon Eine große Nummer Die jetzt auch irgendwie Kein Ende in Sicht Irgendwie mit sich bringt Und die Ich habe so einen Eindruck Die Stadien werden immer größer Jetzt sind sie irgendwie Wirklich Bei großen Arenen angekommen Und als nächstes Kommen dann wirklich Vielleicht Stadien Ne Also ich glaube nicht An Parkway Drive tatsächlich Ich glaube wenn überhaupt Dann hätte Momentan Volbeat Die Die Möglichkeit Oder die Trümpfe in der Hand So Das zu werden Weil sie deutlich Kommerzieller als Parkway Drive sind Parkway Drive ist Meine Meinung Viel zu hart Um diesen Kommerziellen Erfolg Zu erreichen Wie Metallica es Getan haben Metallica ist ja auch Nicht mit Must of Buffet So bekannt geworden Oder am Stadion gefüllt Sondern erst mit The End of Sandman Genau Und dann vor allem Nothing else matters Also lass mal Parkway Drive Eine Ballade machen Ja Volbeat ist auch ein Guter Punkt Das ist ja vor allem Bald nur noch Blues Rock Irgendwas Ja Nichtsagender Unwichtiger Blues Rock Von Volbeat Der könnte es tatsächlich schaffen Wobei ich glaube nicht Ich glaube dass es die Band So eine Band nicht geben Es wird auch Rammstein Nie wieder geben Wenn Rammstein aufhören Wird es Rammstein Nie wieder geben Ja Übrigens hast du ja Die Volbeat schon mal Kritisiert Ich glaube auch hier im Podcast Eben Und in Sound kritisiert Und ich bin ja immer So ein Anti-Alles-Typ Und hab reingehört Und war mir davon Voll davon überzeugt Dass ich den Sound Richtig geil finden werde Weil du ihn scheiße findest Ja Leider muss ich dir recht geben Das ist ja ein ganz komischer Sound Ja Aber Leo Der Manager hat mir gesagt Dass das anscheinend Kein reguläres Album war Sondern irgendwie B-Seiten Irgendwelche Songs Kann schon sein Trotzdem ist es scheiße Da muss ich halt einfach gucken Was ich rausbringe Ähm Ja Also du sagst Ich Ich Wollbitte Du Parkway Drive Amen Amen Was du über Metal wissen musst Wunderschön Willkommen bei der Ersten neuen Kategorie Unseres Besten Metal Podcasts Der Welt Ähm Namens 666 Wie einfach Reich Ich wollte schon los sagen Äh Wir haben es tatsächlich Wir haben Dieser Rubrik In die In den Podcast mit reingenommen Um eben Den Metal zu retten Um euch zu erklären Wie der Metal funktioniert Damit ihr das in die Welt Ihr seid praktisch unsere Äh Wie sagt man denn Missionare Ja Ihr müsst jetzt in die Welt In die Welt ziehen Und die Leute da draußen Von Metal überzeugen In die Metal Church In die Metal Community Wieder zurückholen Oder ähm Als erstes Ähm So entjungfern praktisch Ähm Genau Und deswegen Werden wir euch jetzt in der nächsten Zeit Immer bei dieser Ähm Rubrik News Ob Fake News Ob Fake News Oder nicht Fake News Äh Ob äh Ob Songs Ob ähm Interessante Geschichten Alles was rund um den Metal So passiert Und wie er Warum es so ist Wie er ist Ja Das werden wir euch jetzt so erzählen Den Anfang macht Süd Ganz genau So ist es Und ähm Hier dürfen auch Bei dieser missionarischen Tätigkeit Alle Klischees erfüllt werden Wir haben uns Letzten Mittwoch Erst für diese Ähm Ja Ich finde auch tatsächlich Mit Waffengewalt Ich würde mich da An den Kreuzzügen orientieren Ähm Ich glaube anders geht es auch nicht Es geht nur mit Waffengewalt Mit Vergewaltigungen Ja der Metal an sich Der Metal an sich Ist die Waffe Wobei Naja da kommen wir jetzt auch zum Sprechen Ähm Genau Ich hole jetzt ein bisschen aus Also letzten Mittwoch haben wir uns Ähm Für diese Kategorie erst entschieden Also es ist noch gar nicht so lange her Und seit diesem Mittwoch Rattert es bei mir Ich habe mir überlegt Ich meine Es ist ein so wichtiges Thema Mit was fange ich eigentlich an Ich kann nicht irgendwo anfangen Ähm Ich kann auch nicht irgendwie Bei meinen Lieblingsthemen anfangen Oder bei irgendeinem Drum Sound Von irgendeinem Cool Drummer Und ähm So habe ich mich dafür entschieden Eigentlich bei den Urvätern Meiner Meinung nach Des Metals anzufangen Nämlich bei Black Sabbath Aber eigentlich wollte ich jetzt noch was anderes sagen Was hast du da vorgesagt? Keine Ahnung Äh Ob Viren hier irgendwie so Ähm Sich vermehren Der Metal wird sich auch alle wieder umschlagen Der Metal ist wie die SPD Und jetzt wollte ich noch sagen Und der Metal Ähm Wollte ich sagen Ist die Waffe Aber es gibt dann auch wieder Weil ich habe ja wirklich Ich habe so viel über Metal gelesen Ähm Und ich glaube auch gleich Nächste Woche fange ich an Mit einem wirklich auch unangenehmen Ähm Thema im Metal Weil es natürlich dann auch die gibt Die dann wirklich Den Metal oder die Musik alleine Nicht als Schlagkraft sehen Und dann auch wirklich Ähm Aufrufen So Waffengewalt Oder so Rechtsextremismus Und so Das ist ja abartig Ähm Wie facettenreich der Metal eigentlich ist Ja Egal Der Metal ist wie Ist wie die SPD Weißt du Die Tod geglaubt Vielleicht gerade mal so richtig am Boden Vielleicht so richtig am Boden gerade Ähm Und jeder Geht davon aus In den nächsten zwei, drei Jahren Wird sich das erledigt haben Mit dieser SPD Und auch mit dem Metal Aber das wird nicht sein Sie wird Er muss sich Der Metal muss sich wieder Auf seine Der Metal muss sich wieder Auf seine Wurzeln konzentrieren Und dann kommt er auch wieder Und Böhmermann Wird der nächste SPD-Kanzler Pass auf Ja Nee Wird er nicht Weil er ist nicht mal Nicht mal nominiert Wirklich Hat nicht geklappt Ja Weil er ist ja jetzt glaube ich Erst in dieser Der muss ja ganz unten anfangen Glaube ich Regional Nee Aber es geht Ab heute Nee Ab heute geht los Ich glaube die Bewerbungsfristen Sind vorbei Okay Alles klar Ähm Okay Zurück zum Metal Und ähm Ich weiß nicht Ob du dich da noch erinnern kannst Ich Also ich persönlich war nie großer Black Sabbath Fan Und hab's nicht so richtig viel Und bewusst gehört Und unser Äquator Der damalige Produzent Der dann irgendwann mal gemeint Irgendwie jetzt Hören wir mal ganz bewusst Black Sabbath Weil irgendwie gab's Irgendwie so damals mehr Ähm Letztendlich die Beatmusik Wie die Beatles Und auch Rolling Stones Rock Blues Musik Und dann kam irgendwie so Der Gitarrensound vor allem Von Black Sabbath Der irgendwie nochmal So eine ganz andere Liga ist War nicht Let me mit Motorhead Äh Vorher? Nee Doch Nee Nein Also Motorhead weiß jetzt nicht genau Wann das gegründet wurde Er hat aber bei Hawkwind Oder Hawkwind gespielt Ah ja stimmt Und das ist ja eher Das ist ja irgendwie so spacey Aber es ist bei Es ist eher spacey Aber nicht böse Und jetzt würde ich auch sagen Dass das danach war Ja Das war ja Black Sabbath Am 68 Irgendwie da Und es ist schon echt krass Und böse Für die damalige Zeit Und was Und es ist eine Story Die du bestimmt kennst Aber ich Ich kann das Ich habe schon wieder Halb vergessen gehabt Was dabei finde ich So eine Schlüsselfigur ist Ist der Gitarrist Tommy Iommi Spricht man den so aus? Gitarrist Und da will ich ganz kurz Aus Wikipedia vorlesen Ein folgenschwerer Unfall Bei einem schweren Arbeitsunfall In einer Stahl- und Walzblechfabrik Verlor Tony Iommi Teile der Fingerkuppen Am Mittel- und Ringfinger Der rechten Hand Er war unkonzentriert Und geriet mit der Hand In eine Maschinenpresse Worauf er Diese reflexartig Zurück zog Und so die Fingerkuppen Der beiden Finger Abgetrennt wurden Ja Und dann Echt krass Und er war natürlich auch Am Boden und so Und dachte Es ist jetzt vorbei Mit dem Gitarrenspiel Und dann hat er angefangen Sich selbst Prothesen Für seine Finger zu basteln Und Im Prinzip Die so anzupassen Dass er damit Plastik Plastikfingerkuppen Gitarre spielen konnten Und Früher musste er sich Seidensätze Aus dünnen Bencho-Seiten Zusammensetzen Zudem stimmte die Band Nun Gitarre und Bass Eine kleine Taz tiefer Also es war ein bisschen Aus der Not Vielleicht auch herausgeboren Aber dadurch natürlich Dieser fette Sound Und ich glaube Das kannst du jetzt bestätigen Zu der neuen Metal-Standard Dass du echt Alles tiefer stimmst Genau Ich habe tatsächlich auch schon Super interessant Und hatte schon wieder alles Vergessen Mir einfach die Finger Wegzusägen Deswegen um Neuen Sound zu entwickeln Aber tatsächlich Macht er das immer noch Ich habe ja Ich habe Black Sabbath Vor drei Jahren glaube ich mittlerweile In Berlin In der Waldbühne gesehen Und der hat Stimmt das Er hat immer noch Diese Prothesen dran Klar Was soll er sonst machen Die sind halt nun mal weg Was soll er sonst machen Wächst nicht wach Aber wie konntest du Wir sehen Weil ich mit auf der Bühne stand Alles klar Gut Das hatte ich Das wusste ich nicht Genau Aber immer noch Ein großartiger Gitarrist Und tatsächlich Einer der Während Ossi ja wirklich Am Ende ist Auch so gesanglich Und da werden die Töne Nicht mehr so richtig getroffen Ist er noch Richtig gut dabei Und spielt einfach Auch noch geil War eine Wand Hat er gut gemacht Hat er gut gemacht Ja Mir hat mein Vater Übrigens schon Mit elf Zwölf Black Sabbath Beigebracht Mein Vater hat mich Wirklich nicht viel wahr Gebracht Das habe ich schon öfters Gesagt glaube ich An dieser Stelle Aber das hat er Tatsächlich geschafft Er hat mir Einen guten Musikgeschmack Eigentlich verpasst Okay cool Weil ich hab die Also ich hab die Natürlich mitbekommen Irgendwie mal Irgendwie die Hits Irgendwie so angehört Und so Aber so richtig Bewusst gemacht Was eben damals Der Äquator Muss man echt sagen Mir gemacht hat Das ist halt irgendwie So nicht auf dem Schirm Gehabt Ja Es ist eine geile Band Da gibt es sehr viele Gute Songs Da muss man sich einfach mal Ein bisschen Zeit nehmen Und die Songs mal anhören Ich finde Ich mach das ab und zu mal Im Sommer Wenn wir mit Freunden Irgendwie zum Campen fahren Die sehr so Hardrock oder Metal Vernahrt sind So in den alten Metal Genau Die legen das auf Und das ist wirklich Das ist so wie Das lullt dich so ein Das läuft einfach Und irgendwie ist es geil Einfach nur Ein geiles Gefühl Geile Geile Vibe So die dir rüberkommen Ich finde Ich mag das schon War das jetzt Irgendwie so deine Story Geht es noch weiter Das war meine Story Ja Nein Das war meine Story Genau Finde ich aber gut Ich finde den Ansatz sehr gut Dass du wirklich bei Adam und Eva Praktisch anfängst Und sagst Ja Hey Genau Nächste Woche wird ein ganz großer Sprung kommen Aber ich dachte mir Zur Eröffnung Dieses Ne, ne ist gut Dieser neuen Kategorie Genau Und ich wollte Folgendes erklären Ich wollte sagen Das passt nämlich sogar ganz gut Zu Black Sabbath Ist die Tatsache Dass der Metal ja früher Also es so raudihaft war Das waren irgendwie Die Verbrecher Die Asozialen Der Ossi Osborn Der Sänger von Black Sabbath Hat Ameisen weggeschnupft Hat seine eigene Pisse Weggeschnupft Ich glaube Der hat Er hat mit Scheiße Wände voll geschmiert Und Gemälde erschaffen Es ist mal eine richtige Dreckshauser Die haben alles gemacht Um irgendwie anders zu sein So diese Was wir irgendwie mit Anti alles aussagen wollen Das war alles Black Sabbath Und Und Konsorten Damals in den 60er 70er Jahren Und ich wollte sagen Vielleicht fahre ich jetzt So beim Ende des Metals Spann den Bogen Und sage Dass diese ganze Backstage Nummer Auf die die Fans Alles immer so heiß sind Und sagen Oh man Da muss ich auch unbedingt mit Weil da geht der heiße Scheiß ab Da wird gefickt Da wird gesoffen Und da werden Drogen genommen Und so weiter Dass das mittlerweile ja Voll total vorbei ist Der Metal hat sich in eine In eine Würde ich sagen Fast schon vegane Richtung entwickelt Da wird in den Backstage Räumen ist das Wichtigste Tatsächlich Der WLAN-Empfang Das ist Das Wichtigste Das ist aber glaube ich Komplett musikübergreifend Musikstilübergreifend Nein Glaube ich nicht Ich glaube dass das Hip-Hop Das Hip-Hop Da werden Beim Hip-Hop Da werden die Partys gefeiert Gerade Da sind die Leute Da wird Party gefeiert Aber ich sage dir Das WLAN ist genauso wichtig Ja okay Das ist genauso wichtig Aber da Da wird das Koks Über den Tisch geschoben Da wird gesoffen Da wird Jägermeister Bull getrunken Ich denke tatsächlich Dass wir noch So eine der letzten Bands sind Die auf dem Catering Rider Fünf Flaschen Schnaps haben Und wirklich Eine Stunde nach der Show Muss der Tourmanager wieder los Um Nachschub zu holen Und sich mit dem Veranstalter anlegen Warum wir noch mehr Saufen müssen und wollen Aber ansonsten Diese 18-jährigen Metal-Bands Die langweilen mich Mich langweilen die Mich langweilen auch Diese nüchternen Techniker Die kommen dann Die sind jetzt 19, 20 Alle irgendwie so halb studiert Oder auf dem Weg Zum Professor oder Doktor Trinken keinen Alkohol Früher waren noch die Roadies Die haben doch das Geschäft Erst möglich gemacht Die haben doch den Metal Erst lebenswert gemacht Und liebenswert Weil sie am besoffensten waren Der Merger Der musste vorher schon Irgendwie dreimal gekotzt haben Bevor die Türen überhaupt aufgingen Und er sein Merch verkaufen kann Und das hat sich alles so geändert Und es ist so langweilig geworden Dass es manchmal wirklich Richtig anödet Wir müssen Supports haben Und wir laden die so Vor der Show Komm Leute Die Tour geht los Lass uns mal einen Starter trinken Anfangsschnaps Ne sorry Ich trinke nicht Ja ich auch nicht Hab vor drei Jahren aufgehört So Weil die Klasse Oder Support-Bands Deren wir das Hotel spendieren Die dann sagen Ne ne wir fahren noch heim So Genau Gibt's auch Gibt's auch oft genug Und auch Das langweilt mich So dermaßen So Das waren Die Fake News Oder beziehungsweise Die News Zum Heavy Metal 666 666 Was du über Metal wissen musst Freak Frage Waschen vor dem Analsex Ja Nein Warum Waschen vor dem Analsex Ich denke Also mein Mein Credo ist Mit dem Analsex waschen Also während des Analsex Weißt du Ich mein Alles was Was da irgendwie Was irgendwie rauskommt Beim Analsex Alles was an Körperflüssigkeiten Und 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 Weichen Und harten Stoffen Beim Analsex Produziert wird Und aus Versehen Irgendwie aus irgendeiner Rutze Entschuldigung Ritze Raus Rutscht Das muss verwendet werden Und das wird irgendwie Zur Körperpflege und Hygiene Verwendet Das ist mein Ansatz Montag Mittag Ich bin hier noch Immer im japanischen Tee Ja Mimimi Komm weiter Sag mal Was ist So ein Thema Du kannst doch Der Tee über diese Form Sehr interessanter Ansatz Von dir Sehr interessanter Ansatz von dir Bist du ein Arschwecker? Natürlich nicht Bist du ein Arschwecker? Bist du ein Arschwecker? Also wenn Analsex Dann darf man nicht waschen Ja Wenn Analsex Dann Ja ja Das hatte ich ja schon mal So ein Hesse Der gesagt hat Ei wenn's nach Stuhl riecht Oh Gott Und sag mal Darf ich dir mal Wenn schon Denn schon Darf ich dir mal Eine unpersönliche Frage stellen? Hast du schon Dreimal gestellt Ich hab sie dreimal umschifft Bist du ein Arschwecker? Eine unpersönliche Frage Was soll noch persönlicher sein? Bist du ein Arschwecker? Amen oder? Nein Ich will wissen Ob du ein Arschwecker bist Alter Weiß ich nicht Ich bin glaube ich Kein Arschwecker Es gibt ja Menschen Die gehen da voll steil Und stehen da mega drauf Boah Ich glaub man nimmt's mal mit Aber so richtig Ich hab kürzlich eine Studie Über eine Sexualwissenschaftlerin gelesen Und das ist ja wirklich ganz Also die Die Verletz Die anal Heißt das dann Analverletzungen? Ja Die haben in den letzten Jahren zugenommen Ja unser Freund Mattes Ach scheiße Darf ich nicht sagen Piep Unser Freund Piep Hat jahrelang in der Notaufnahme gearbeitet Und arbeitet immer noch dort Scheiße Ich weiß nicht wie die So rum rauskommen Ich erzähle es jetzt einfach Vor kurzem kam jemand rein Wohl in die Die Notaufnahme Ein Pärchen Und der Typ hat tatsächlich Eine Plastikflasche Ne Entschuldigung Ne Ne Andersrum Eine geschälte Zucchini In seinem Arsch gehabt Und die ist reingerutscht Der Typ Ja der Typ Sie hat ihm Beim Geschlechtsverkehr Beim Liebesakt Eine Zucchini in den Arsch geschoben Was ich kurz nachdenken Was diese Zucchini Für eine Form hat Peinlich Aber jetzt hab ich sie genau vor mir Die Zucchini Ja jetzt spüre ich sie Krass krass Jetzt krass Dass sie reinrutschen kann Ja und genau Wäre das anscheinend mit Haut gewesen Dann wäre das nicht das Problem gewesen Dann hätte man wohl irgendwie reinbohren können Und also da gibt es irgendwie so Wie so Korkenzieher Dann bohrt man dann so rein Und zieht den so raus Aber dadurch dass sie geschellt ist Ist die Gefahr viel zu groß Dass in dem Moment wo man reinbohrt Sie einfach auseinander fliegt Innen drin im Darm Und da wäre irgendwie so die Sauerei Noch viel größer Deshalb muss der da wirklich notoperiert Nicht notoperiert Sondern operiert werden Und sie gingen wohl anscheinend Sehr offen mit diesem Thema um Also sie kamen wirklich rein Und sagten Hey Hi Wir sind die Familie Meier Ich hab gerade Das fühlt sich bestimmt ganz schön beschissen an Aua Sie müssen wohl ganz cool gewesen sein Achso das fühlt sich beschissen an Eine Zucchini im Arsch zu haben Ja ja Und sie kamen Sie kamen wohl rein in diese Notaufnahme Und sagten Hallo wir sind die Familie Meier Wie gesagt Und ich hab meinem Mann jetzt aus Versehen Beim Geschlechtsverkehr Und beim Akt des Geschlechts Sagt man das so Eine Zucchini in den Arsch geschoben Und wir bringen sie einfach nicht mehr raus Und ich stell mir das Unseren Freund Matthias vor Der Der dann so einfühlsam wie er ist Einfach sagt Ja kein Problem Ist er aber wirklich Ja eben Der macht einen guten Job Ja kein Problem Kommen Sie mal mit Dann werden wir uns das Ganze mal angucken Dann Eieiei Und dann schaut er rein Also der Mann zieht natürlich die Hose aus Er schaut so rein Zieht so ein bisschen das Arschloch auseinander Und sagt Eieieiei Da sieht man schon Da muss der Herr Doktor mal Da muss der Herr Doktor mal reinschauen Stell ich mir großartig vor Großartig Wahnsinn Ja Oder also für die Auf jeden Fall was ich sagen wollte Diesen Bericht den ich gelesen habe Diese Sexualtherapeutin führt es darauf hinzu Dass irgendwie der Porno Internetkonsum Der nimmt zu Eben auch bei Jugendlichen Und es wird immer mehr so Gerade bei Frauen Anscheinend Etabliert sich's Dass sozusagen Analsex Dazu gehört Genauso wie ins Gesicht spritzen Ach wirklich Und Da gibt's Ja genau Und so erklärt sie dann auch Diese zunehmenden Verletzungen Durch Analsex Und Ist interessant Ja wenn man es richtig erzählt Sehr schlagfertig von dir Amen Das wir hier Dame Genau Amen Straßen Wo wir hinfahren brauchen wir keine Straßen Nachdem ich vom Klo gefallen bin Hab ich das gezeigt Großer Gott Wir sind bei einer weiteren neuen Kategorie gelandet Großartiger Jingle mein Freund Ost Ja danke Hab ich jetzt tatsächlich auf die Schneider gebastelt Mir ist eingefallen Als wir kurz vor dem Aufnehmen waren Scheiße Da muss noch ein Jingle her Und War aber für mich tatsächlich kein Problem Warum Weil ich Zurück in die Zukunft In und auswendig kenne Flux Kompensator Du kannst mich alles fragen Zurück in die Zukunft Ich kann wirklich alles dazu sagen Ich liebe diesen Film Und dadurch Kamen wir irgendwie auf die Idee Uns einfach mal zu überlegen Ich glaube das War das nicht sogar in Hamburg In diesen zwei drei Sätzen Die wir irgendwie gewechselt haben zusammen Kam irgendwie auf Zu sag mal Wenn du jetzt nicht in Hamburg wärst Wo wärst du denn gerne Beziehungsweise wann wärst du denn gerne Genau so war es Und wir haben uns überlegt Jetzt machen wir mal so dieses Back to the Future Dieser Kategorie Und jeder überlegt sich Woche für Woche Welches Ereignis Er entweder in der Vergangenheit Oder in der Zukunft Gerne besuchen wollen würde Ob er jetzt Teil dessen ist Oder einfach nur zuguckt Das bleibt jedem selber überlassen Den Anfang macht mal wieder Süd Denn ich bin mir ziemlich sicher Dass du einen richtig, richtig geilen Ort ausgesucht hast Und eine geile Zeit vor allem Geile Zeit vor allem Ich musste auch hier Fast, fast an den Anfang Der Menschheit zurückkehren Okay Ähm, nicht ganz Und zwar ins Jahr Null Ach scheiße Geburt Jesu Okay Bei dir auch oder was? Ja, leck mich doch am Arsch Ja, bei mir Okay, scheiß drauf Ich bin bei dir Aber frag mal Du fängst bei Null an, ja? Also wirklich bei Null Also mein Szenario ist Nee, ich bin nicht wirklich bei Null Eigentlich bin ich wirklich bei Vier bis sieben Vor Christus Weil Die Leben Jesu Forschung hat herausgebracht Jesu ist nicht im Jahre Null geboren Ähm, das weißt du wahrscheinlich genauso Weil du dich auch mit diesem Thema Wohl beschäftigt hast Ja Fähre ich gerade so ein bisschen raus Oder ich weiß nicht Warum du dauernd scheiße Scheiße sagst Auf jeden Fall Ich musste halt irgendwie Wie beim Metal Musste ich halt auch an den Anfang zurückkehren Und ähm Ja, über den Neandertaler Da kann ich mich am wenigsten aus Und wie du weißt Habe ich ja mal Theologie studiert Ja Ich war Eher faul Aber das Studium hat mir Total viel Spaß gemacht Leider habe ich seitdem schon wieder Wahnsinn viel Alkohol getrunken Deswegen habe ich auch wieder Schon alles Alles schon wieder vergessen Ähm Ich hatte mal eine Vorlesung Das war auch ganz Studenten Ähm Ähm Freundlich Freitag früh um acht Da war ich glaube ich auch nicht so oft Aber das war echt sauer Eine Vorlesung über die Leben Jesu Forschung Total interessant An dieser Stelle auch Liebe Grüße an die IWF An die Erziehungswissenschaftliche Falkultät Nürnberg Ähm Da bin ich zwar nicht so oft gewesen Aber hatte immer Spaß Auf jeden Fall Ich wäre gerne ähm Sozusagen Genau Ähm An dem Tag Als Jesu gekreuzt Wurde Daneben gestanden Ich hätte gerne Aber das ist doch nicht Jahr Null Du hast von Jesu Geburt gesprochen Und das ist Das ist Null Stimmt, stimmt, stimmt Die Geschichte fängt bei Vier bis sieben an Nämlich bei Geburt Jesu Aber stimmt Dann bin ich irgendwie Oh das habe ich jetzt gar nicht recherchiert Wie alt wurde er? 27? Nee 34 glaube ich Ja normalerweise tatsächlich 27 Wie alle Nee doch Ich habe es gesehen 30 oder 31 Ja wie alle Großen Die mit 27 sterben Kurt Cobain Und wie sie alle heißen Genau Deswegen dachte ich Ähm Das hätte ich gerne mit angeschaut Und Und Er wird dann hingerichtet Von den Römern Und War ja Das habe ich mir auch überlegt Ich glaube Jesus hatte ja auch ADHS Und Wirklich? War war eigentlich von Es war einfach so eine Hobbypsychologische Auslegung Wenn man so ein bisschen So sich einliest Ja ja Und glaube ich Einen krummen Pimmel Hat er glaube ich auch gehabt Und hat dann irgendwie Rummissioniert Und hat ja wirklich Eigentlich Tolle Sachen gemacht Muss man wirklich sagen Was denn zum Beispiel? Genau der glaube Tempelreinigung Die Tempelreinigung Tolle Sache Also das war dann Sozusagen hier Es wurde immer mehr Geschäft aus Glauben gemacht Und dann hat er ja Das ist übrigens Der einzige Aggressive Ausbruch Der von drei Drei Geschichten in der Bibel Eben so bestätigt wurde Dass er dann irgendwie Auch die Stände Von den Händlern Beim Tempel Eben umgeschmissen hat Weil er es Nicht mehr anziehen konnte Dass die da im Prinzip Geld rausschlagen Dass Leute Glauben Beziehungsweise Zum Beten gehen Und Es war eine großartige Sache Die sich ja dann auch Im Prinzip wieder Durch Martin Luther Wiederholt hat Der dann den Nachlasshandel Dann verurteilt hat Und Und er hat ja dann Im Prinzip So diese Dieses Loslösen Des Glaubens Auch von einer Von einer Von einem Regime Und so Verlangt Und Dass es um den Glauben An sich geht Und nicht um Irgendwelche Institutionen Großartige Geschichte Und dann wird er Hingerichtet Und in dem Moment Hätte ich ihm Vielleicht noch gern Erzählt Dass irgendwann Im Prinzip Und er Mit ihm als Vorreiter Die Die christliche Religion losziehen Wird Und auch ganz viel Morden wird Und schlimme Sachen Machen wird Dass es leider alles Nichts bringt Aber er eigentlich Großartig war Ich hätte ihn auch Gern persönlich mal Kennengelernt Vielleicht dann Also so ein paar Stunden vorher Also nicht nur Während der Hinrichtung Ja Genau Also tatsächlich Habe ich aus Fast dem gleichen Grund Dieser Kategorie Scheiße Nicht diese Kategorie Du hast wirklich auch Jesus ausgewählt Ich habe Jesu Geburt Ja Wenn du unser Merkblatt Das in der Dropbox Liegt Ab und zu mal Angucken würdest Würdest du es auch sehen Jedenfalls Ist Wäre das für mich Auch tatsächlich Interessant Ich wäre gerne Dabeig gewesen Als Wenn So Eine Religion Entsteht In diesem Moment Hätte ich Irgendwel So Als dieser ganze Blödsinn Ausgedacht Das ist der Grund Warum sich Menschen 2000 Jahre lang Abschlachten So Weil er jetzt In diesem Moment Gekreuzigt wird Und das ist ja nicht nur Jesu hat ja nicht nur Für uns eine Bedeutung Entschuldigung Für euch eine Bedeutung Sondern auch Für den jüdischen Glauben Und für den Muslimischen Glauben Das war praktisch Der Anfang So Der Typ Der wird jetzt gekreuzigt Und dann wäre ich gerne Einfach mal daneben gestanden Als er Also angeblich Aufgetaucht Aufgewacht ist Nach drei Tagen Also von den Toten Auferstanden ist Wahrscheinlich Ein nekrophiler Typ Der sich die Leiche Mit nach Hause genommen hat Um irgendwie So diese Analsexgeschichte Mit dem durchzuziehen Aber wir sprechen Jetzt 2000 Jahre lang Davon Dass Jesus Von den Toten Aufgestanden ist Nach drei Tagen Bei diesem Glaube hat er Natürlich nicht Angefangen Nee Es kam ein bisschen Später Aber es war trotzdem Der Ursprung Allen Bösen Es sitzt irgendwie Menschen drin Der Ursprung Alles Böse Übrigens An dieser Stelle Kurz erwähnt Kennst du von Martin Martin Scorsese Den Film Die letzte Versuchung Christi Nee Aber klingt gut Ende 80er Jahre Ich glaube ich Wurde der gedreht Und ich muss ihn Auch mal wieder anschauen Fand ich aber Damals gigantisch Also ich habe ihn Natürlich nicht Ende der 80er Jahre Gesehen Sondern auch relativ spät Ich glaube Kurz vor der 2000 Wende Fand ich ihn damals Aber gigantisch Sind ja schon wieder 20 Jahre vorbei Das heißt Es wäre immer wieder Interessant ihn anzuschauen Ja muss ich Okay Ich würde jetzt mal sagen Toll Toll gemacht Süd Also ich würde Den Fluxkommissator Anschmeißen Mit dir auf diese Reise Gehen Ich würde persönlich Aber mir ganz was anders Dann als zweite Kategorie Ausdenken Auf die Stelle Und zwar würde ich Sau gerne zu dem Moment Zurückdrehen Oder zu dem Moment Zurückfahren An dem der erste Mensch Ich schätze mal Das war ein Mädel Also das war eine Frau War eine weibliche Person Ähm Dass das erste Mädel Ein Selfie gemacht hat Und das Duckface erstellt hat Also das Mädel Das Duckface erfunden hat Das würde ich gerne Das hätte ich gerne Echt kennengelernt Und ich hätte In diesem Historischen Moment Sau gerne ihr gesagt Ey Alter Du hast nicht Machst nicht Du machst dir keine Vorstellung Davon Was du gerade hier An den Start gebracht hast Das Duckface erfinden Ähm Und ich bin voll bei dir Es war mit Sicherheit Ein Mädel Ja So ich hab Ich hab diese Woche Ich war viel unterwegs Jetzt am Wochenende Hab viele Menschen gesehen Die sich Die sich fotografieren Merke auch bei mir Dass ich ab und zu mal Selbst unter der Maske So ein schönes Duckface mache Ähm Toll Ich spreche auch jetzt Nur noch weiter mit Duckface So Und diese Diese Person Die sich denkt Naja warte mal kurz Ich mach ein Selfie Aber ich lach jetzt nicht Ich mach jetzt nichts normales Oder Oder auch geil Wäre die Person Die das erste Mal Auf dem Bild gelacht hat Auf dem Foto Früher hat man ja nicht Auf Fotos gelacht Sondern war einfach Das ernsteste Gesicht Was man irgendwie auspacken kann Ähm Ausgepackt So Und der Mensch Der das erste Mal gelacht hat Auf dem Foto Das hätte ich auch gerne Da wäre ich auch gerne dabei gewesen Aber das Das war ja echt Ein guter Punkt Weißt du Wenn ich echt hier So von meinen Großvater Ähm Von den ganzen Groß Was wie heißt das Großeltern Großväter Ja Sagen wir mal Großeltern Oder Großgroßeltern Bilder anschau Da lacht dir wirklich keiner Nee das war halt Das war halt nicht angesagt Also das war halt Man durfte auf Bilder Nicht lachen Wahrscheinlich weil man sich Lächerlich macht Oder so Und da dabei zu sein Und zu sagen Alter Das ist ein Trend Hey du machst jetzt Die hippeste Scheiße Die es gibt Und die nächsten 20 30 Jahrtausende Werden die Menschen Duckfaces machen Und auf Fotos lachen Naja es kommt schon wieder Was Neues Und es geht schon weiter Glaubst du Es gibt Das ist ein Leben Nach dem Duckface Was auf jeden Fall Total interessant ist Ich war gestern Abend Noch im Hallenbad Und auch im Hallenbad Dank der Hersteller Samsung und iPhones Hat auch inzwischen Jetzt wirklich Auch im Bad Jeder ein Handy dabei Das wird jetzt nicht mehr Irgendwie weggesperrt Vorm Duschen Sondern es wird einfach Mitgenommen Und dann werden Selfies Wie sie irgendwie Keine Ahnung Verrückte Welt Verrückte Zeit Amen Das war unsere neue Kategorie Die zweite neue Kategorie Des Tages Back to the Future Zurück in die Zukunft Straße Wo wir hinfahren Brauchen wir keine Straßen Nachdem ich vom Klo gefallen bin Hab ich das gezeigt Großer Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Und schon wieder bin ich Urlaubsreif Wie kann man denn In sechs Wochen Wirklich absolut Gar nichts dazu gelernt haben Ich schäme mich Manchmal so sehr Für euren Output Dass mein Kartoffelsack Beginnt mich Selbstendlich aus dem Raum Zu ziehen Ich glaube Ich fahre jetzt Zur Erholung An die syrische Grenze Und lasse mir Von Erdogan Den Arsch vollbomben Das macht immer noch Mehr Spaß Als dieses Amateurgewinsle Macht's gut ihr Trottel Ach Westi Ach Westi Hat doch mal wieder Spaß gemacht Hat mal wieder Spaß gemacht Wir waren sehr lang Ich glaube das wird der längste Podcast Den wir jemals gemacht haben 80 Minuten sind wir Wir sind bei knapp 18 Minuten jetzt gerade Ihr müsst entschuldigen Es gab aber so viel Es wird natürlich knallhart zensiert von mir Ich denke 20 Minuten werden übrig bleiben Ja Ich muss sagen Es war auch wichtig Einfach mal wieder reinzukommen Mal wieder Alles aufzuarbeiten Was in den letzten sechs Wochen passiert ist Wir sind noch lange Meine Liste ist ja noch tausendmal länger So als das Was wir jetzt irgendwie gemacht haben Als meine Was willst du sagen Als deine E Ja Und Ja genau Schön war's Hat mich gefreut Du Wir packen jetzt unsere Koffer tatsächlich Fliegen nach Malle Und werden nächste Woche euch einen Malle Podcast Vielleicht direkt vom Strand Vielleicht erwischen wir irgendeinen Anführungsstriche unten Promi Anführungsstriche oben Und machen mal wieder Eine Sendung mit einem Gast Keine Ahnung Wir werden auf jeden Fall Direkt aus Malle senden Nächste Woche Was ist eine Sendung mit einem Gast Achso Also genau Also mit einem Gast Also mit einem Also wir Ne Also wir lassen uns aber nicht herab Auf den Gast Sondern auf einen anderen Promi Meinst du Ja ja natürlich Nein nein Ey Normalos 25 Grad Denk ich in Malle Wenn wir 40 Grad haben Ja Hast du mal Wetterbericht angeschaut Habe ich nicht Ich beschäftige mich nicht mit Wetter Ich mache Wetter Ähm Ich wollte dir noch ganz kurz zum Schluss sagen So Wollte dir noch ganz kurz zum Schluss sagen Äh Schreibt uns mal in die Kommentare rein Wie es euch gefallen hat Welche Rubrik euch gefällt Welche nicht Ähm Ähm Ja wie ist so diesen Diesen Ich darf man sagen Neun Den Beichtstuhl 2019 Wie ihr den so findet Ja Ähm Genau Ansonsten Genau Schreibt was ihr wollt Gelöscht ist es schnell Gelöscht ist es schnell Fragen nehmen wir auch Äh Herzlich gerne Entgegen Und äh Ja Freuen uns auf nächste Woche Ich verabschiede mich Tschüss Tschüss Das war der Hämatom Beichtstuhl Der freakige Podcast Der vier Himmelsrichtungen Jeden Dienstag genau hier Abonniert jetzt den Hämatom YouTube Channel Um keine Folge zu verpassen